Die Zukunftskommission Landwirtschaft geht nach neun Monaten zu Ende. In vielen Sitzungen ist eine Empfehlung entstanden für die Politik um die Zukunft der Landwirtschaft als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe in Deutschland auch zu organisieren. Es waren die 10.000 Schlepper und die 40.000 Bauern, die unter der Fahne des LSVs in Berlin, in ihrer Sternfahrt einen ganz neuen Dialog zwischen Politik und Gesellschaft auf den Weg gebracht haben. Es waren die Schlepper des LSV, die friedlich aufgezeigt haben, in welchen Zielkonflikten wir uns aktuell befinden, was die Landwirtschaft angeht. Es waren die Schlepper des LSV, die alle Teilnehmer quer durch die Gesellschaft dazu aufgefordert haben, sich mit ihren Vorstellungen an einem Transformationsprozess der deutschen Landwirtschaft zu beteiligen. Es waren die Schlepper des LSV, die Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu veranlasst haben, die Zukunftskommission Landwirtschaft einzurichten. Und wir bedanken uns aufrichtig für die Unterstützung und die Umsetzung der Zukunftskommission. Es war die Einigkeit und die Geschlossenheit, die die Initiative in ihrem Namen Landschaftverbindung alle Beteiligten zu Tisch haben kommen lassen. Alle Beteiligten an der Zukunftskommission haben ihre Dialog- und Kompromissbereitschaft in neun Monaten bewiesen, dass wir bereit sind für einen Transformationsprozess, der eine nachhaltige deutsche Herkunft unserer Ernährung sicherstellt, mit dem Hintergrund einer sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit. Die Transformation soll unter dem Aspekt der ökologisch-sozialen und ökonomischen Tragfähigkeit umgesetzt werden. Die Vermeidung schädlicher Umwelteffekte muss auch betriebswirtschaftlich nachhaltig, aber auch umsatzbar werden. Die Zukunftskommission geht davon aus, dass bei einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ein erhebliches Einsparpotenzial entsteht, die aber auch dann von der Gesellschaft finanziell mitgetragen werden sollte. Die Transformation wird Zeit kosten und benötigt ein politisches Instrumentarium. Und daher ist die vertikale Integration und die Weiterentwicklung politischer Maßnahmen wichtig. Eine neue finanzielle Förderung öffentlicher Güter ist notwendig, um die Ziele zu erreichen, auch zu messen. Eine neue Prozess- und Outputsteuerung auf der Grundlage von Wirkungsmessungen ist dafür nötig. Regionale Kooperationen zum Beispiel von Betrieben könnten das Engagement aller Akteure dann letztendlich auch stärken. Die Vision zur Zukunft der Landwirtschaft berücksichtigt Klima- und Umwelt- und Tierschutzziele. Und dieses braucht nicht nur Entschlossenheit, Haltung und Tatkraft, sondern ein enges Zusammenspiel aus Politikverarbeitung, Handel für eine nachhaltige Finanzierung. Wir Bauern wollen den Schulterschluss mit unserem Verbraucher und wollen dafür das gleichzeitige Bekenntnis zur deutschen heimischen und regionalen Landwirtschaft und werten die Ergebnisse der Zukunftskommission als ein Erfolg für einen neuen gemeinsamen Weg. Eine nachhaltige Herkunftskennzeichnung kann dazu beitragen, eine Wertschöpfung am Markt zu sichern. Es wird allerdings auch ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz nötig sein, damit die Transformation gelingt. Es geht darum, wie mehr Tierwohl, Biodiversität, Klima- und Umweltschutz mit den fundamentalen Aufgaben der Ernährungssicherung zusammengebracht werden. Die heimische deutsche Landwirtschaft darf nicht klimaschädlich ins Ausland verlagert werden, denn wir stehen im europäischen und im außereuropäischen Wettbewerb. Gemeinsam könnten wir stark sein. Lasst uns beweisen, dass wir gemeinsam im Sinne der nachhaltig ökonomisch tragfähigen deutschen Landwirtschaft stark sind. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern der Zukunftskommission und hoffen, diesen neuen eingeschlagenen Weg konstruktiv weiter ausbauen zu können.